hallo leute und herzlich willkommen zu clash of clans einem neuen part obwohl eigentlich kann man das nicht mehr als richtiges let's play ansehen denn ja ich bringe es so unregelmäßig aber es gab ein update und zwar gibt es jetzt das ja dass man jetzt eine neue insel hat und ja ist jetzt kein riesiges update sag ich mal aber es ist schon mal etwas und ja okay das cool also dass man dass es sowas gibt jetzt das finde ich richtig cool weil allein schon dieses aussehen also ist schon ja schon cool oh scheiße die 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 sieht geil aus die die sie gar die nachthexe der super pecker geil also ja ist jetzt nichts großes aber schon ein cooles update tja hier habe ich einfach viel zu viel öl und dagegen tun werden wir dass ich angreife ich greife seit einer ewigkeit wieder an okay dann lass mal einen gegner finden der anfänger freundlich ist sag ich mal denn viele sind auch nicht mehr online und deswegen wird es ist es eigentlich schwer einen gegner zu finden wie man hier zum beispiel sieht also der hat quasi gar keine ressourcen auch der hat ressourcen und der hat sein gebäude sein rathaus außen und er scheint eigentlich aktiv zu sein das dachte ich mir schon das dachte ich mir schon ok 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 dieser kleine Bonus von 3700 das ist so sinnfrei das bringt einem gar nichts das ist so dieser Bonus bringt einem einen Scheiß und das ist nicht nur untertrieben oder übertrieben das ist einfach die Wahrheit es bringt einem einen Scheiß ey ich habe einfach zu viel warte mal es gab doch hier bestimmt auch hier noch zerstör die Mauern stimmt oder ach komm da okay zerstöre 2000 Mauern okay lass mal explodieren nee nee hmmm nee der also der ist aktiv noch Der ist auch aktiv und der hat super wenig, also bringt es mir auch nichts. Also ein bisschen Geld sollte man schon gewinnen. Ist das eigentlich euer Geil? Ne, ich brauche jemanden, der genau so jemanden. So, ich habe ganz viele Mauern kaputt gemacht. Dieser Bonus bringt sowieso einen Scheiß, also ja. Oh Gott. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach stimmt, hier kann ich ja auch angreifen What the fuck? Okay, das war richtig mies Okay Oh hell Oh hell Oh hell Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, viel hat es nicht verändert. Also hier auf der Insel ist alles gut. Ich finde es sogar gut, dass sie sowas eingerichtet haben. Aber es ist trotzdem nervig. Okay, Gegner suchen. Dann geht's los. Gut, hat funktioniert. Mal gucken, ob mein Gegner auch keinen Pokal bekommt. Okay, schade. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020